Bewusst gemeinsam leben. Versteht sich als Drehscheibe für Veränderung in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Wofür ist jetzt Zeit? Mama, wo kommen die guten Tomaten her? In Österreich gibt es eine ganzjährige Tomatenproduktion, die die erforderliche Energie aus dem Inneren der Erde bezieht und für den Pflanzenschutz Millionen von Nützlingen einsetzt. Papa, wo kommt unser Strom her? Weißt du, viele Haushalte können auch mit Sonnenenergie Strom erzeugen. Was kann ich tun? Was kann ich mir gleich tun? Kommt, bauen wir ein Insektenhotel und helfen so der Natur. So handeln wir. Wir wollen bewusst gemeinsam leben, den niemals weiß mehr Anfang als jetzt. Den Grundstein für das Morgen müssen wir heute legen und zwar mit Bewusstsein und Selbstverantwortung. Zum Wohle aller, mit so vielen wie möglich. Jede Veränderung wird von Menschen gemacht. Dazu muss er alle seine Möglichkeiten nutzen. Herz, Hirn, Hand und Fuß sollte es haben. Wirken auch Sie an der Lösung mit. Jeder Teil ist in diesem Putzle wichtig. Bewusst gemeinsam leben, führt Menschen und Ideen zusammen und hilft unsere Welt lebenswerter zu gestalten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020